wir haben wieder alles geld ausgegeben fest abgeschlossen steht hier also wieder reingucken was hatten wir noch für quests erlaufen kaufen 50 medikits das sind wir dran verfehle keine einzige von 20 beider tanken und das muss man echt üben dass wir wirklich wir sind ja gerade richtig gut unterwegs wir sind immer noch auf dem zweiten planeten wenn ich das so richtig sehe serviere drei gästen der spezies sieg-like bürger der spezies kategorie schlecht wenn er einen tag lang das gestern dafür könnte man theoretisch aber auch wie auch die anderen plätze wieder zurück alle mir ein gast der spezies kalk aber den ball setzte die bursose booster drei mal ein die verdienen ein eigener zeich mit hilfe des systemabschutz 900 mehr prestig verbringe 15 prozent des tages mit blutflecken auf der kleidung zahle 2000 bestechungsgerdeln es ist nicht zu dass ich während einer schimmeltage das haben wir noch gar nicht schicke fünf gäste mit hilfe der soße stimulanz zum verkaufsaufwand und eliminieren sie während sie damit beschäftigt sind wenn du einen müllattacke tag auf rang a töte fünf gäste die folgende soße verzerrt am booster berühre einen tag lang keine elektrische cool das und das ist sportlich weil die sind so schnell die dinge wir starten einfach die nächste runde oder kann ich noch soßen herstellen welche sollten wir machen booster haben wir noch gar nicht auch den nächsten tag wir probieren selber nur prestig heute körper kommen wir gucken was wollen körper bürger mit und bei dem was die haben sich selbst gefressen ach so wir haben noch nichts angemacht also die eins ist mit daheim warte und die zwei ist mit tomate so hier hat ein bewegungszimmer ich muss erst mal wieder reinkommen und hier mein bewegungszimmer wir warten wir sollten dann werden doch die aufgabe serviere einen kiker hat nur noch die erste aufgabe der erste späßige bürger der kategorie schlecht das hätte man machen müssen so und das ist wieder so ein besonder typ und der mag den hier ne und der mag da wissen wir gar nicht was der mag wir haben noch nicht erforscht der kalker stirbt sehr schön also das ist för City schwarzes Brötchen das mit Pilzen ist die drei wir müssen erstmal reinkommen wir müssen unsere amenities noch mal eine Quest aussuchen, die wir dann durchgehen. Und der hier drüben. Ah, das war der Falsche. Oh. Das war so gar nicht geplant. Ich habe den falschen Greifer gekillt. So, warte, Piepmatz möchte, muss ich erst wieder gucken. Der möchte Tinten-Fisch. Tinten-Fisch. Lachs hätte er gerne. Ich glaube, das ist Lachs, Ananas und Ei möchte die 4. Und der isst sich selbst mit Tomate. Das ist die 4. Und das ist die 5. Ja, die eine habe ich zu früh gekillt. Das war nicht geplant. Erst müssen sie essen, dann müssen sie zufrieden sein. Also Kalker, schlechte Burger, kriegen wir noch hin irgendwie. Weil dann kriegen wir noch ein bisschen Trinkgeld. Er ist immungeärzt. Er ist immun gegen das Schwerzeug. So. 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 So, da ist nochmal ein Piepmatz. Tinten-Fisch kann man schon mal vorbereiten. Bei dem wusste ich nie, was er will. Geht denn da hin? So. 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 so warte komm es hier muss ein raucher ich erinnere einen tag dass die rauchung zu spät schnell mal waschen ja vielleicht mäßig das lohnt sich schon oder kommen schon gut was hin dem ist schlecht wenn du dich verwandelt ständig hast du pech der simon gegen schlösser aber der hat noch nicht gegessen ok die märz kommt titten fisch erstmal warten was haben wir rötchen titten fisch ananas für 7 läuft und ist das die 8 wir brauchen ja schließlich das geld um weiter zu kommen so das heißt die 9 ist das 9 ist der wandler das ist die 9 und das ist die 8 da ist gerade jemand gestorben der ist auch nicht heavy ne so dann hat er schon was gegessen so brötchen irgendeine soße wir haben ne käse ne die haben sich selbst gegessen die haben sich selbst gegessen das ist schon die letzte welle wir heilen können also hier was was ist was das ist wenn wir sind das ist das wird die die das ist das ist eine funktioniert das ja wenigstens das ist nur noch der der trinke gegeben dankeschön und dann kann er auch gehen okay hätte besser laufen können erstmal rechnung zahlen warum ist hier noch nicht abgehakt wir sind noch nicht mehr beim ersten planeten oder er ist erledigt jetzt auch schon hier sind wir schon alle questbände wir müssen jetzt theoretisch hier nicht hin hier haben wir auf eine quest bei der röhrers kaufen 15 medikits braucht man nicht verfehle keine einzige ball attacke das ist halt so das muss ich halt hinkriegen 3 jemals drei gäste mit nur einer fallen aktivieren das ist schwierig der seite innerhalb eines tages 15 leichen per auto entfernen das ursprünglich da wäre drei gästen der spezies zeigler zeitgleicher bürger wobei wenn ich nicht automatisch machen so manuell selbst kille geht das auch also das rauchen würde ich gern probieren den kalker eliminieren und drei leuten kalkern geben hast du halt wollen müssen nachkaufen auf wie wir hatten jetzt immer 82 die waren alle auf 15 oder sind wir die alle runter gegangen ich glaube diese wahl und auf zehn gegangen weiß reicht so ist aber noch 484 kriege ich raus was die anderen mögen ich kriege den anderen hier nicht raus nachdem habe ich alle infos dann mag der gar kein fleisch dann lass mal gucken vielleicht kann noch ein paar fallen aufbauen auto leichen entferner hat er schon wird auch auto leichen entferner benutze ich halt zu selten hier ist der bewegungssensor halt blöd weil das fällt sofort auf guck gerade mal das ist nur die abklingzeit hier also abklingzeit wenn wir den automatisch machen wir machen die ja nicht automatisch betäubt das opfer was mit dem hier macht schaden abklingzeit auch nicht hier der bewegungssensor gar nicht so verkehrt oder wobei der fällt dann irgendwo um dass das problem spieler und lebend das opfer so dass es vorübergehend wehrlos ist blitz rüber blende das opfer so dass es wehrlos ist okay er macht schaden ein also hier müssen wir den schaden hoch drücken allerdings bei der matte erstmal hier den schaden einfach hoch setzen und damit wir hier noch ein bisschen was rausholen weil die die über grün haben können wir noch mal gucken ob wir noch ein bisschen was in abklingzeiten reinklatschen können ok wird schon passen wie sieht es hier aus restliche geld einzahlen und weiter als soßen soßen gucken können wir wieder wust oder sowas erst dann können wir das nicht ring hat kundenreizung auf eine minimierung ok tötet den kunden was ist heute systemabsturz warte mal was waren heute systemabsturz hatten wir schon mal ne das wurde uns angezeigt 900 oder mehr prestig da machen wir das jetzt heute perfektes spiel niemanden killen sauber und durchgang dann machen wir das so heute sauber und durchgang bei prestig kriegen erst wenn die nach hause gehen und wenn wir das brauchen dann machen wir es mal so der will ok der da unten ist ein wandler lachs ananas und ei für die 1 achso für den warte das ist das ist der das ist der das ist der da oben das ist der wandler und der wandler macht macht nur die europa roten die roten so dann ist das der und das ist brötchen tomate dann ist das der hier und das müsste der sein guck mal prestig hinkriegen total begeistert der ist jetzt beim rauchen misst hätte ich verhindern müssen ich wollte mal schön euren essen oh wir kriegen gerade kohle gut wie gesagt jetzt gerade mal keinen killen das ist bei so vielen leuten wird es natürlich dann auch trinket sehr schön ok der 1 ist nicht zufrieden warum ist die 1 nicht zufrieden gewinnen so da kommt wieder so einer machen wir es mit dem grünen fleisch grüne fleisch haben wir nicht aber standard kann man ihn anlegen dann lege ich ihm das schon mal hin bei dem ist es schwierig isst es gerne steht nichts da ach so kann ich jetzt selbst angeben wo ich alles freigeschalten habe ok ich kann es ändern das macht ja auch keinen sinn hat es das irgendwie weggeknallt so was möchte der haben brötchen das ist Paprika ne bei dem muss ich wahrscheinlich selbst rauskriegen oh das ist ein wandler zack äh warte was filter streiten sich da zwei brötchen zwiebel und der ist das ich weiß nicht wie viel prestige würde gerade machen brötchen ananas und sind die wo ich das auch noch in der richtigen eiwolle zusammenstellen ok ok ich hatte ihm jetzt gerade was hättest du ihm gegeben den hier weiß ich nicht was ich ihm gegeben habe ich habe mich aufgepasst mal gucken wie der reagiert hier unten der hier er ist zufrieden bei dem würde ich jetzt gern sind aber auch zufrieden ist oder nicht cool man gerade 1000 gewundert ja er ist zufrieden also ist es egal in welcher reinfrau ich es drauf ist hauptsache es drauf die Kalker kommt gerade leider nicht neue Welle im Anmarsch die Kalker kommt die Kalker kommt die Kalker kommt wobei ich soll nicht so viele Tinti nehmen und der Wandler der kriegt man den hier der Wandler ist da oben frötschne 3 schön bezahlen ihr lieben holt euch alles was er braucht lachs ananas ich wollte mal schöner essen wie gesagt ich hier heute mal kein ausnahmsweise weil ich ja wirklich die 900 kriegen möchte das muss halt ab und zu machen an solchen tagen die prestige zu krallen bietet sich wahrscheinlich an den tagen auch am besten an ich habe jetzt noch nicht gesehen wie viel prestig wir gekriegt haben schon ob das schon in richtung 900 geht ok da oben ist auch zufrieden alle zufrieden sehr schön wir müssen halt relativ viele zufrieden stellen mit dem wandlern habe ich halt meine probleme wieso ist das schon letzte wille ja wie gesagt wir bringen jetzt keinen um also mal gucken weil wir brauchen jetzt glaube ich nur noch warten es sei denn erst bestellt noch einer ok man könnte aber recht schön anhalten jetzt gereicht christie 350 ok werden wir auf dem planeten wahrscheinlich gar nicht hinkriegen das könnte sein also mit 20 10 projekte sollten wir scheinbar auch hinkommen und so und die machen wir wie gesagt auf so wir haben noch 2000 zusätzliche hand brauchen wir gerade nicht ablagemodell brauche ich auch nicht erweitern den timer der die warteteile eines gastes dann gibt es schon gar nicht so verkehrt medikind brauchen wir nicht zusatz der ausdauer punkt finde ich auch nicht so verkehrt betäubungstreffer upgrade zum anwenden halten aktiviert sämtliche fallen auf einmal ich denke eher mal der ausdauere punkt ist sinnvoller quest abgeschlossen welche quest denn was für eine quest haben wir denn jetzt abgeschlossen ich glaube jetzt kommt jetzt kommt dass ich jetzt nicht welche Queste ich gerade abgeschlossen habe, weil die hier oben wohnen ja schon. Ich will eigentlich gern das mit dem Kalker machen, einen Kalker killen, dreimal schlecht bedienen und einen Tag lang verhindern, dass die rauchen. Das wäre so mein Ansatz. Legen wieder Geld in die Kiste rein und dann nächster Tag. Bis jetzt läuft es gerade wieder ganz gut. Lass mal wieder reinkommen. Doppelte Sahne für Bürger plus ein Polizett pro Bürgerdiebstahl. Ok, die müssen wir aufhalten. Oh, mysteriöse Kugeln, wir müssen die einen Tag lang aufhalten. Die Kugeln sind scheiße. Bewegungssensor. 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 Was für Fleisch wollten die? Das. Und Ananas. Und das haben wir schon verkackt. Ja, super. Das rauchen haben wir auch verkackt, sehr schön. hat zugeklappt bis jetzt die drei ist noch mal so das ist die drei und die vierte weiß man wissen dass das wieder nicht geht ich gebe dir mal sich selbst zu essen nein moment der wollte mich forschen doch in dem fall kann ich ihnen sich selbst zum essen geben ja dann kommt schon wieder an die auch also wir haben wir gerade alles verkackt was ging gut er geht mann 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 man´n mann 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 mannö warum will der schwarze brötchen wir eigentlich nie haben auch man ja genau das dachte ich mir aber das stört doch bei dem nicht genau brötchen tomate und es sich selbst 6 ok dieses schock ist so ein eindeutiges zeichen dafür dass es der andere ist das ist echt wenn ich jetzt hier auf alles gucken muss deswegen berühre ich das ist gerade ich kriege zum glück keinen schaden davon zu trug um es totaler käse lachs ananas und wird er nicht heiß hier jetzt gleich so machen wir uns mit den neuen fertig gut dahinten geht auch gleich sterben also ich finde diese dinger echt nervig wie schnell die teile sind wieso die gehen alle bestellen gut ja ganz unten ist wandler das ist auch ein wandler was jumpy und wo ist der dieb hat er schon weg so das ist die 10 zwiebel das ist die 12 was ist denn jetzt los warte wohl zu lange brötchen lachs ah genau ja einfach weg was wird noch die ananas wird noch und hier für uns bord weil ich schweiz das und ebenfalls dass wir da muss dass der und du bist du 13 welchen geld haben wir schon plus gemacht bewegung sind so ein flerradjahr inrein schildschild also der umfeld um gut der andere wird auch geschreddert er ist da rein gerannt sehr schön und so ist nur einer da ist der hat noch nicht bestellt er hat noch nicht bestellt und dann warten wir mal und wir braten noch etwas durch ich will den drei geld will ich natürlich er kocht so spät in fremden küchen das ist der rolle wer will sich erwischen sorry zehn minuten später gesehen als es hätte sein müssen okay also wenn ich laufe kann ich die ganz gut abhalten ich darf nur nicht was der geht auch na lass mal gut sein sehr schön hallo ich mein lieber ein wunderschönen guten abend sorry ich habe das zu spät gesehen kiro hast du halt schon verpasst der kim ist schon schlafen wir hatten heute mal was neues ausprobiert aber du hast sicherlich halt arbeiten da kann es natürlich auch nicht er dazu ist ja klar so wir haben noch 1300 was man kurz hier durch bei schaden sieben halb tausend ist halt schon schön heiß ich weiß nicht welche fleischwolle 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 das ist halt eigentlich wurscht weil die liegen dann halt rum und dann ist gut ich überlege dann halt wirklich mehr in die waffen zu gehen guck mal wir können das machen muss einfach mal risiko gehen dass der schaden 700 machte verschnellt aus der abklingzeit damit ist der auch gemachscht so würde ich das jetzt nicht bezeichnen ok hier machen wir auch rein der autoentferner das kann man auch schon machen gut und den rest zahlen wir wieder hier ein ist nicht viel aber wir haben zahlen ein bisschen was einlegen das zurück also safe und wir gehen in den nächsten tag noch drei tage dann kriegen wir das neue outfit was haben wir heute system absturz und diebstahl wenn wir system absturz haben brauche ich unbedingt das geld eigentlich haben wir jetzt gerade umsonst die waffen gemacht oh da kommt ein kaiker der braucht einen schlechten bürger was darf er nicht essen man kann Tintenfisch kriegen ich lege dem ich lege dem schon mal einen Tintenfisch hin das mag der teilt kaiker schon mal gar nicht da will er noch rauchen gehen lass mal sein so der kaiker will warte halt rot das wir brauchen richtig schlechten das ist der das ist der richtige für die idee und der mochte den doch auch ne rot das da zieh dich shit rauchen verpeilt äh dann das und der ist ausrufezeichen wir haben halt die aufgabe dass wir hier nochmal einen perfekt machen hau ab ok dem kaiker ist schon mal schlecht der finde das nicht so geil und ich muss noch einen kaiker killen einen muss ich auf alle fälle killen und mal gucken was er macht der untersucht ich weiß noch nicht was alles untersucht da kommt ein teleporter der magt hinten weg ja 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 so den kaiker k oh scheiße oh scheiße ja 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 wir haben ein kleines problem wir haben ein kleines problem wir fahren wieder von vorne an leute wir waren so gut wir waren so gut wir waren so gut es geht wieder alles von vorne los alles der vorteil ist wir behalten wir liegen seit den ganzen scheiß da war alles andere geht wieder geht wieder von vorne los geht wieder von vorne los geht wieder von vorne los oh Leute das ist echt nervig also das ist irgendwann ist gut der erste tag ist ganz normal bewegung wir machen die ganz klassischen an bewegung brönt bröntchen ist das ärgerlich die glatt bröntchen käser ah der stopft gleich kann ich mal schenken schmeißen mit alles rein Also, ich denke mal, das ist der letzte Durchgang. Wenn wir jetzt irgendwann wieder sterben. Ich habe kein Bock jedes Mal von vorne. Klar, wir wären immer stärker am Anfang. Elimiere ein Gast mit der Falle Saati? Ich weiß noch nicht, was Saati ist. Ich muss mir alle Quests nochmal angucken, nächsten Tag. Da hat sich gerade einer verabschiedet. Und der geht hinter, der stoppt auch gleich wieder, oder? Kann ich schon wieder wegräumen, oder? So, wieder wegräumen. Also, damit machen wir halt nicht wirklich Geld, wenn die alle so sterben. Aber wir sollen ja einen Tag eh bloß mit Fallen killen. Dann haben wir die Quests wenigstens schon mal erledigt. Eigentlich müssen wir mal sparen, dass wir brauchen die 7500. Ich glaube, wir brauchen müssen. Wer ist denn hier? Argwürdig. Hier, jetzt ist es uns zumindest nicht mehr argwürdig. Da sind wir nicht tot. Wir machen damit zwar kein Geld, aber wir machen damit Fleisch. Da kommen wir auch nicht wirklich vorwärts. Ja, Geld kriegen wir damit halt gerade. Wenn du wieder hintergehst, rauchen und da stirbst. Dann haben wir wenigstens so. Der geht aufs Klo, der stoppt auch gleich. Genau, der stoppt auch. Super. Die sterben hier alle am fließenden Mann. Hier rennen wir gleich hier unten in die Falle, das ist der nächste weg. Aber es ist schön, dass wir so viel Fleisch kriegen. Der stirbt da oben, da brauche ich gar nicht mich drum kümmern. Dann ist das auch hinfällig. Die sterben ja alle weg. Na komm, lauf rein, dann nimm man dich auch noch mit. Also vielleicht haben wir dann erstmal genug. Wie viel haben wir? 124? Ja. Das sieht aus, halten wir nicht sogar schon mehr? Hat er davon die Hälfte nur noch gelassen? Ich weiß es nicht. So, den machen wir auch warm. Na ja, komm, wenigstens einmal Geld machen. Ich glaube, für den gesamten Tag und was wir verbraucht haben, haben wir auch mehr Schulden als Geld eingenommen. Weil die alle so schnell gestorben sind. Hol dir mal deinen Essen her. Wenn er jetzt hier durchläuft, dann kann ich das auch noch mal aktivieren. Er ist nochmal weg. Und der nächste, der geht. Der geht rauchen, der stoppt da hinten. Gleich ist der Tag vorbei. Und keiner hat das Restaurant überlebt, ne? Nur mal so viel angemerkt. Fest abgeschlossen, ja. Keiner hat den Tag überlebt. Mal kurz gucken, wann halt. Das haben wir noch erledigt. Einen Tag lang nur mit Fallen. Haben wir gemacht. Das haben wir noch nicht. Sati, weiß ich nicht. Ich halte an einem Ereignis-Tag vier Rivalen davon ab, Zutaten zu holen. Okay, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Nicht mehr als einen Tag darf innerhalb eines Ereignis-Tags verstopftes Gelder sind. Okay. Drei Tage lang. Robby. Wer ist denn Spezies Robby? Weiß ich gar nicht. Nehmen wir drei Gäste. Status Toilettengang. Kriegen wir auch in. Automatisch. Schursoße würzig. 30 Gäste mit Fallenaktivierung. Spezies Zeiger. Grandios. Okay. Speziell ein Tartoller. Spezies Tartoller. Okay. Gerade innerhalb eines Tages 40 Patties. Ne? Wir waren dabei. Nehmen wir einen Gast, der die Polizei anammiert hat. Das ist noch schwieriger. Oh, guck mal. Beseitige innerhalb eines Tages 15 Leichen per Auto entfernen. Das hätte fast geklappt. Da wäre drei Gäste per der Spezies. Okay. Das heißt, eliminiert zwei Gäste mit dem Status Eintreiber. Das haben wir schon. Bei diesem haben wir relativ weniger. Stelle in einer Nacht zwölf Soßen her. Kriegen wir das hin. Das sind zehn. Dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Welche Soßen braucht man jetzt eigentlich? Würzig fünfmal. Okay. Gut. Rechnung kann man natürlich nicht bezahlen. Das ist klar. Weil wir haben ja so gut wie hier. Hier brauche ich die noch nicht. Die können wir später holen. Wir gehen zum nächsten Tag. 24 Tage brauchen wir noch. Mann, war das ehrlich. Was haben wir denn heute? Prestige. Wenn das heute Prestige ist, kann man nicht noch mal verdienen. Aber jetzt sagst du 800 Prestige. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dann heute keine Fallen aktivieren. Wir haben genügend Fleisch. Das ist kein Problem. Dim, 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 dim. Vöelchen, Zwiebel, das Fleisch. Ab der Ferne. Na komm, Krille schneller. Ich weiß gar nicht, ob wir 40 machen können. Wir kommen gar nicht auf 40. Egal. Uh. Krötchen, Käse. Ich hätte gerne noch ein Upgrade, was automatisch den Bürger zusammenstellt, wenn ich an den Kühlschrank gehe. Dass der automatisch rauskommt. Und ich den nur warm machen muss. Das wäre cool. Weil dann kannst du alles reinschmeißen und nimmst das nur einfach raus. Aber so ein Upgrade scheint es dir nicht zu geben. Das Automatis sieht, welchen Bürger der als nächstes braucht. Oh. Und ab dafür. Mal gucken, ob wir wirklich die 800 kriegen. Aber ich glaube eher nicht, weil wir zusammen zu wenig Gäste. Vermute ich fast. Achso, wir brauchen noch die Soße würzig, ne? Die müssen wir einsetzen. Okay, wir haben nichts mehr. Schön essen. Wie gesagt, wir killen heute mal keinen. Hier sollen wir schön ihr Essen holen und Geld bezahlen. Wir brauchen das Geld. Weil wir Rechnung bezahlen. Also ich würde am besten erstmal warten, dass wir einen Eintreiber kriegen. Die wir dann besiegen können. Uh. Prestige 50. Okay. Brötchen. Brötchen. Brötchen, Käse. 40. Beste 5. Hier haben wir das Fleisch vergessen, ne? Komms Fleisch halt oben rein. Egal. und einmal die 6 wie gesagt so ein paar Upgrades könnte ich mir nur vorstellen halt wie gesagt so erinnert der einen automatischen Bürger rausgibt da ich nur auswähle welchen Zugast ich haben möchte und der scannt automatisch was er braucht Soße aktiviert, sehr schön 5 mal brauchen, also wenn wir noch Gäste kriegen 3 Stück, kriege ich das mit den Soßen weg ein Gas kommt da schon mal hier kann ich schon mal das machen so, der will sogar noch der Halslose für sieben dann kommt hier noch eine Tomate drauf, das ist der sieben und das noch für zwiebeln für neun acht ist der mit zwiebeln? der ist mit zwiebeln sogar naja aber achte und Prestige weiß ich nicht ob das noch was wird na vielleicht kommt jetzt nochmal welche ein paar Leute das können natürlich sein aber wir müssten das mit den Soßen hinkriegen dann ist die Quest erfüllt in dem Restaurant können wir erstmal so viele Quests wie möglich erfüllen weil hier ist es entspannt und wir brauchen bloß die eine Fleischsorte aktuell das sollte also kein Problem sein allerdings machen wir natürlich nicht so viel Geld das ist klar dauert halt länger und wir kriegen nicht alle Gäste wir gucken mal gucken wer ist denn hier da das ist Sati ok woher ist Bobi das ist Nauert was da war doch eine Quest mit Elimiere einen Gast der Spezies Sati ok Serviere drei Tage lang zehn Gäste der Spezies Robi wer ist denn die Spezies Robi die kennen wir noch gar nicht ok das war wohl die letzte Welle hier kommt nichts mehr aber wir müssten die Quest erfüllt haben mit den Soßen genau da ist die Quest abgeschlossen sehr schön jetzt probieren wir noch die 800 Kriter- äh die jeweils noch 50 Kriege ist natürlich scheiße weil dann kommen wir nicht nur auf 500 ne nehm ich mehr wenn der jetzt geht 50 der ist halt auch kein Kritiker ne 50 genau so noch komm ich auf 650 ich schaff die 800 nicht das ist ärgerlich ich drehe mal hoch damit die sich noch ein bisschen bewegen ok hat nicht genau oh noch eine Quest abgeschlossen ok ach ne wir wollen ja erstmal noch einen Eintreiber kriegen deswegen können wir erstmal hier auf 9 hoch gehen 2 2 3 das brauche ich noch nicht wie gesagt hier brauche ich noch nicht bezahlen ich will ja einen Eintreiber haben ich guck mal kurz nach den Quests serviert zwei Gäste mit in der Staatskrise in Grandiosenburg ok da haben wir einen da nur dabei Sati mitfallen ok 40 haben wir gemacht 5 mit Toilettengang das kriege ich automatisiert hin eigentlich muss ich ja hier erstmal gucken so setze die absolut Abführmittel 10 mal ein an die Thema an die Thema und Abführmittel Abführmittel und an die Thema kann ich nicht ok aber da können wir erstmal Abführmittel machen aber auch nicht fertig wenn ein Zombie-Epidemie-Tag aufrang geht so wäre es immer noch gar nicht gewesen wir waren ja auf dem ganzen Planeten noch nicht gewesen kann ich schon zu dem anderen Planeten reisen zum nächsten ne geht noch nicht weil wir noch offene Quests haben logisch wir müssen die ja noch abschließen gut wir haben 459 investieren wir in den Schaden ich glaube wir legen das Geld zurück und investieren in den Schaden so genau macht jedenfalls mehr Sinn wenn wir da rein investieren was haben wir heute ok wir haben die Diebe die Diebe waren vier Rivalen aufhalten ok einmal was haben wir noch was haben wir noch ok das heißt probieren wir Geld zu kriegen weil wir können probieren Geld zu kriegen und dann einfach bloß die hier da kommt doch schon wieder was ne eins ok gleich mal eiskalt ausgenutzt 3 zack zack aua ach 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 wir müssen die noch legen ne die sollten wir ja noch machen für das wir müssen wir brauchen jetzt wöch zurück und dann das wie immer noch mal wir müssen dann ist das die 6 ich warte auf dich mit Zwiebeln ist die 7 und mit Käse die 8 weg weg zählte manchmal der war fertig dann hole ich den wieder zurück hätte ich über die Fußmatte machen sollen so Mist äh ich brauche einmal Tomate für den 9 du verziehst dich bitte Käse für die 10 die 11 ganz ohne und die 12 ist Brötchen Zwiebel ne ich erst die 12 so wen haben wir noch wir haben ja bezahlt dann können sie auch kann ich sie mir einverleiben so die die alle heavy sind bezahlt haben oh shit in dem Augenblick kommt der natürlich vorbei so Käse und Soße für die 13 das ist die 14 keine Koko Hallöchen ist aber auch später so so ups ist ein Gast gestorben auch das kann weg du hast mit deiner Mama noch 40 Jahre vor mir eins geschaut alles gut wenn es dir wenigstens spannend war unterhaltsam mit dem aufs Klo ist jemand daneben gekloppt ach so musiksam wie vom 1 heißt so die setzen sich hin so die rennen wir schön in die Falle du müsstest sie auch lösen und cheerio und dann haben wir es sehr schön ok es kam noch kein Geld eintreiber das heißt wir müssen uns erst mal ums Essen kümmern die 4 haben wir 21 wird schon ne 4 4 4 4 hier haben wir absichtlich noch nicht gekauft so wie sieht es denn aus da sind wir dran ab für Mittelfeld noch müssen wir noch dreimal machen hat nicht geklappt bedienen in blutbefleckten Zustand zwei Gäste das kriegen wir auch hin und ein Thema müssen wir machen Toxin müssen wir auch machen Toxin können wir nicht das können wir nicht naja das Apfelmittel geht leider nicht so gern ich das wollte so gern ich das wollte so und eigentlich müssen wir wie gesagt wir brauchen das ich brauche hier das Upgrade die 7500 eigentlich müssen wir auf die sparen im besten Fall spreche ich das Geld nicht rein weil ich brauche den Schaden ich weiß gerade gar nicht wie viel Schaden wir überhaupt machen wenn der Bürger gut genug war dann flutscht es von alleine ja wir lassen das Geld einfach mal ich probiere mal nur weiter Geld zusammen oder die Dinge werden natürlich auch nice aber ich will jetzt gerade nicht loslassen damit ich will noch ein bisschen wie ein Geld zu sammeln verstopfte Klos da war doch was nicht mehr als ein Gas darf innerhalb eines okay das müssen wir machen also niemand darf ein verstopftes Klos sehen na halleluja ich probiere trotzdem ein bisschen Geld zu machen ich habe noch keine Meldung gekriegt dass er uns verstopft ist das muss man ja das Sí gleich gut dann gucken wir dass wir das ist im kriegen geld machen und nebenbei hier schlafen und die ja nur weg räumen muss wissen also da geht in den raum brauchen ist wirklich nur einfach so ohne grund geht das ding kaputt das war schon es musste sein wenn er schon drei auf einen haufe stehen da musste ich das jetzt nutzen ich meine wenn ich die alle kille dann könnt ihr auch einen verstopften toilettentag auch überhaupt nicht sehen dass da irgendwas falsch lief hat wenn man irgendwelche so ich glaube nicht mehr als ein gast daran arbeiten wir gerade nehmen hier fünf gäste im start des toilettentengang kriegen wir auch noch hin setzte apfelmittel ein da war doch noch was in kombination war hier nicht nur einer mit nochmal mit in kombination apfelmittel setzte ein apfelmittel ein um ein gast auf eine verstopfte toilette zu schicken gut das machen wir jetzt nicht weil die toiletten sollen ja gerade nicht verstopft sein das ist ein gast gestorben leute kurz mal hinter waschen okay warte 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 die zwiebel d7 mit käse d8 mit 9 ist nochmal zwiebeln so mit 10 es geht was habt ihr denn vorher gemacht ist aus wie im sie diesmal das war war ja mal heim haben wir vorhin gespielt das war war heim ein neues projekt sozusagen wir müssen noch zwei gäste boot ich bedienen eigentlich warte warte die zwölf dann haben wir die 13 die 15 mit tomate shit das war die 14 so naja ich hatte nur kurz geschaut und sagt also das ist ja auch so ich glaube es ist die letzte welle da kommt gar nichts mehr so müssen eigentlich noch ein bisschen geld machen wollen wir ich will die aber nicht leben lassen weil ich brauche eigentlich auf den jahr christie ist mir gerade erst mal wurscht ab vier mittel kommen halt nicht ran weil wir brauchen die leute dafür sehr schön noch ein paar zerlegt am nächsten tag müssten wir jetzt eigentlich meine rechnung kriegen da müsste doch jetzt mal jemanden vorbeischicken ein schickte mir vorbei das können wir zweimal machen und dann ok kurz quest kritiker haben wir gerade noch nicht demonstranten war jage 10 demonstranten kriegen wir bestimmt auch noch hin serviere drei tage lang 10 gästen der specie roby roby bürger der sprich verkenn die roby dinge nicht ab für mittel müssen noch herstellen brauchen welche andere thema kenne ich nicht jetzt petrobo tänzer und demonstranten kriegen alles hin fünf gäste der specie slag was ist denn die specie slag kennen wir alle noch nicht da kommen also noch specie es ok ich würde weiter geld sammeln erstens brauchen müssen wir hier abzahlen so das können wir alles nicht machen haben wir jetzt die items nicht dazu nächster tag ein stündchen machen neue lieben ein treiber ist da ein demonstrant zwei gäste bedienen in glütiger kleidung zwei Okay. Ich lasse die sich erstmal kurz bedienen. Und jetzt schnell waschen. Es tut mir leid, muss ich halt das so machen. Ich sollte muss Tanten killen. Shit. Lass mich doch mal durch. Nein, das läuft schon wieder komplett schief. Oh shit, wir haben Razzia. Warte, noch was haben wir? Razzia hatten wir doch, glaube ich. Oh shit. 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 Wir müssen alle Razzia Cops killen. Okay, das unsichtbar machen ist gar nicht so verkehrt. Okay. Weck, weck. Weck. Wir haben auch nur eine Quest die wir machen sollten. Wir haben die ganzen Cops gekillt. Wahnsinn. So, jetzt probieren wir noch ein bisschen Käse. Wir brauchen wir gar nicht mehr. Alter, wie das hier abgeht. Also, war das hier eine Quest? Ich weiß nicht, ob das hier eine Quest war, weil ich einen davon killen soll. Oh ja, okay. Und Tomate für die neuen. So, wie sieht das aus? Haben wir das jetzt schon erledigt? Verjage 10 Demonstranten haben wir noch nicht. Wir müssen uns nur noch verjagen. Okay. Das ist aber schon letzte Wetter. Alter. Alter Schwede, haben wir gerade. Äh, sagt mir jetzt gerade nichts. Ich muss ja auch nicht alles kennen, oder Goko? Oh. Oh, ich wollte ihn verjagen. Falsche Taste gedrückt. Okay, wir müssen nächste Runde erstmal auf alle Fälle die Gäste bestechen. Wo ist er? Wo ist der letzte? Ich wurde jetzt nicht gerade gekillt. Das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst. Warum kommen die Demonstranten genau in den Moment rein? Oh, wie ärgerlich ist denn das schon wieder? Oh. Also ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf das Game. Wir hatten schon wieder so viele Dinger freigeschalten. Kommen wir wieder von vorne an. Also fast von vorne. Und die 2000, die ich gerade gespart hatte, sind ja auch schon wieder alle weg. Ganz ehrlich, Leute. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich hatte gehofft, dass wir es mal hinkriegen. Ob jetzt durch so eine kleine Scheiße hier schon wieder hängen zu bleiben? Mich nervt das tierischste ab. Ne. Wenn ihr es weiter spielen wollt, das Spiel könnt ihr es gerne selbst mal spielen. Tolles Timing. Alpha. Ein besseres Timing. Konntest du dir nicht suchen. Einen wunderschönen guten Abend, alle Raider. Einen wunderschönen guten Abend. Alpha. Ich bin gerade genervt. Ich bin gerade wirklich, ich hab einen richtig geilen Zeitpunkt gegriffen. Ich bin gerade wegen so einer kleinen Dummheit gestorben und ich bin gerade so wirklich so. Alpha. Alpha sieben Monate, du verrückter. Danke dir mein Lieber. Das ist gerade so ein Scheißmoment gewesen, wo ich mir sage, ne. Und schon lächelst du wieder. Ich lächel doch immer. Ich sag zu allen Leuten, die mich kennen, also mich mal mit schlechter Laune zu erwischen, das ist wie ein Sex am Lotto. Also daher. Aber wir waren gerade so weit. Also wir waren vorhin sehr weit, dann haben wir es verkackt, haben wieder neu gestartet. Jetzt lief das gerade richtig gut. Wir haben sogar eine Razzia komplett alle Polizisten weggemacht. Und dann wegen so einem Scheißgrinsebackerolle. Ja ja. Mein Laden läuft so, dass ich gerade sage, ich schmeiß den Laden hin. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab da gerade keinen Bock auf das Game. Weil, wie gesagt, wir waren vorhin schon relativ weit mit den Quests. Sind da drauf gegangen, weil ich Mist gebaut habe. Und jetzt eben durch eine Kleinigkeit. Ich wollte nur noch einen letzten Gast killen. In dem Augenblick kommen noch zwei Demonstranten rein, die natürlich geblockt haben und konnten mich mit einem Schlag killen. Super. So. Gut, jetzt stehen wir schon wieder hier und haben alle, dürfen wir alles neu machen. Also so wirklich. Nö. Ich bin gerade wirklich pissig, ganz ehrlich leider. Was denkt ihr denn? Alfa hast du es denn schon mal gespielt? Du wolltest es doch auch mal spielen im Stream. Hast du es denn schon gemacht? Ich hatte jetzt gerade auch zweieinhalb tausend. Die haben wir uns nicht in den Speicher gelegt, weil ich dachte so. Das Geld brauchen wir jetzt nicht. Passiert schon nichts. Oh, dankeschön, Heather. Sehr lieb von dir. Koko kommt mit Patpat, ja. Was sind denn diesmal die Quests? Zettel in 90 Sekunden drei Keilereien und dann schließe sie ab. Was? Soweit, wie du siehst, ich bin schon wieder hier, hier ist schon wieder nichts geschafft. Wir müssen wieder komplett von vorne anfangen. Das einzigste, was hier erhalten bleibt, sind halt das Inventar, was man halt so hat. Also wenn man das zumindest schon gelevelt hat. Das bleibt mir wenigstens erhalten. Und die Waffen, ja, die bleiben mir auch erhalten. Ah, das brauchst du dann auch. Koko möchte einen Scherzkeks. Na ja, dann gucken wir mal, was der Scherzkeks für sie bereitet, ne? Gespräch am Frühstückstisch. Sieh mal, Agnes. Hier steht auch etwas über dich in der Zeitung. Über mich? Ja. Hier steht in einem Aufsatz, dass es zu viel Frauen in der Welt gibt. Autsch. Der ist böse. Der ist böse. Wenn ich jetzt ganz nett bin, sag ich, es kann doch nie genug Frauen auf dieser Welt geben, von diesem wundervollen Geschöpf. Da stimmt mir einfach wahrscheinlich auch zu. Stimmt's. Gibt 2000 für Zute. Was haben wir denn? Die Keilerei. Keiner. Feiterleite. Fünf Gäste mit Hilfe der Soßen, Nikotin zum Rauchen und eliminieren sie danach. Okay. Eliminiere zwei Gäste, die eine verstopfte Toilette gesehen haben. Repariere zehn Toiletten. Das ist das Recht, das ist kein Problem. Das andere schon ein bisschen mehr. Eliminiere innerhalb von drei Tagen zehn Gäste der Spezies Mikana. Habe ich eine andere Wahl? Nein, du hast recht. Verdiener in einem Ereignis zeigt mir Hilfe von Kritiker am Punkt 900. Das hatten wir schon. Einige Quests haben wir schon erfüllt. Eliminiere innerhalb eines Tages zehn Gäste ausschließlich mit dem Beil. Na ja. Eliminiere einen Polizisten mit zur Hilfe Gift. Level das Update Herdtempo auf drei hoch. Eliminiere Angehörige zwei verschiedene Spezies hintereinander mit dem Beil. Keine Wiederholung erlaubt. Überlebe drei Polizeirazzien. In der vierten Welt. Überlebe drei Polizeirazzien. Sag mal, spinn wir. Ende vier Tage mit dem Rang Esser auf unterschiedlichen Planeten. Bezahle fünf Rechnungen auf einmal. Eliminiere sechs Gäste. Das sind ja diesmal scheiß Aufgaben. Das sind richtig fiese Aufgaben. Machen Kalkratz und Kannibalen. Überlebe einen Tag mit einem HP. Wie soll ich denn da runterkommen? Setze die Falle Spielautomat fünfmal ein. Eliminiere zehn Gäste hier mit der Heizung. Die habe ich noch nicht mal aktiviert. Eliminiere drei Gäste. Der Spezies Predigt mit Hilfe von Fallen. Ich habe da ein Game für dich, was gerade gestreamt. Mir kostet nur 4,9 Deutsch. Ich habe vorhin gesehen, du hattest was gestreamt. Aber ich weiß nicht, was du gezockt hattest. Also lieben. Ganz ehrlich. Das nächste Mal könnt ihr gerne bei Alpha das Spiel gucken. Aber für mich heute. Mir reicht es. Divine Definity. Wir haben heute angefangen mit... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020